Und da haben wir uns Zeit gegrüßt mit dem Zweige genommen zu einem neuen, letztes, zu einer neuen Demo-Version, ähm, ja, Okay, check die Demo-Version, ähm, Alpha Bandles, ja, wir spielen immer noch Gamescom, wo wir spielen, weiter Demo-Versionen an, es ist ein bisschen laut hier, die Demo-Version, die Musik hier ist wirklich scheiße, ich muss das hier wirklich sehr weit runter machen, äh, okay, ähm, ja, Ich hoffe, es ist für euch nicht zu laut und ihr könnt meine Stimmen noch irgendwie hören. Once upon a time in the Borden Kingdom, all things lived in peaceful co-existence, from humans to cute little bunny rabbits. The world was free from war, hunger, fear. And it was boring, so very, very boring. So boring, in fact, that even the devil himself was dreadfully bored. He dreamt of bloodshed, lights torn asunder, fire, rainstorms and the like. So the devil devised a plan to torment those pitiful, comfortable, boring humans. He unleashed the curse of the eternal night, the powerful spell that awakened bloodthirsty monsters across the realm. The humans, however, quite liked their boring lives. They weren't just going to sit idly by as monsters destroyed their kingdom. So they called upon a masterful wizard, the only source that were powerful enough to end the curse. The devil, enraged, yet still bored, retaliated by summoning the soul of Jack into the skin of a pumpkin. And then send Jack to the kingdom with one mission. Find and destroy the wizard. Da am — Da muss ich glaube ich wieder ein bisschen laser machen? Das ist ja wirklich die Option güne yaar die Option Bitbei mits kurtzinhos audio. Da müssen wir aber hier wirklich, ähm Musik wirklich drastisch laser. Ähm Soundeffekte dazu ein bisschen laser. Ich habe Angst, dass ich es dann wieder zu leise stelle, weil ich ja schon eine Demo Version gespielt habe, wo ich es zu leise gestellt habe, okay, ich denke jetzt müsste es gehen, so, und da haben wir den Pumpkin Jack, ich spiele den Pumpkin hier, und wer es die Stirn war, und welche Taste hüpfen wir, können wir irgendwo zuschlagen, also können wir rollen, what a mess, this place, ja, weiter konnte ich nicht lesen, ja, das Spiel hat mir der Mordef empfohlen, er hat gedacht, er hat gemeint, das wäre noch ein ganz cooles Spiel für mich, das könnte mir gefallen, er hat es schon vor einer Weile an getestet, anprobiert, ja, da spiele ich das doch jetzt mal, looks like the old blowhard, got everything covered, ja, so schnell kann ich das auf Englisch nicht lesen, können wir die Sprache umstellen, können wir nicht, okay, Jump, ja das habe ich schon mitbekommen, eine Laterne festhalten können können wir uns nicht, okay, Totenschädel, okay, ja, ist klar, so, wo müssen wir jetzt lang, können wir hier längs, ja, so, ich habe gemerkt, ich darf nicht ins Wasser mit dem, so weit, so klar, okay, jump and run auch irgendwie, kämpfen können wir noch nicht, oder zumindest weiß ich noch nicht wie, ach, das war das Climb, okay, dann gehen wir mal einfach, F to talk, oh, 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 oh Not an amazing first impression, Jack. Who are you? How do you know my name? I am a servant of the devil and I am here to monitor your work. The devil hasn't forgotten your penitent for techery, Jack. He doesn't trust you. Just don't show me down. I haven't forgotten how to roast a chicken. Who, who, who? Just remember who gave you that fancy new body. Speaking of which, that's been your orientation. Orientation? What kind of fool do you take me for? The kind who spent centuries in corporealis. No stop. Don't blink. It's time you get acquainted with your new form. Ok, wir haben ja schon geredet. Müssen wir nicht nochmal machen. So, ok. Wir haben ja sozusagen die Vertreterin des Bösen gefunden. Sprint. Können wir ein bisschen sprinten. Ist auch nicht verkehrt. Wir haben den Kessel. Und viel ist bei Dome. Ja, wir waren ja noch nicht. Double Jump. Sehr gut. Wir waren ja noch nicht. Wir haben ja noch kein Scham genommen. Insofern. Ok, da müssen wir vielleicht mal runter. Sehr guter. Samt Kaltos Großkreis Good luck. Ach, irgendwie für, für Glück in manchen Kulturen. Ups. Kann ich die aufnehmen? So. Sie haben es schon aufgehoben. Ich fürchte, ich muss da mal rüberjumpen, Double Jump, ich muss da rüberkommen. Ja, bisher finde ich das Spiel wirklich gar nicht übel. Warte mal ab, wir spielen noch ein bisschen. Wir haben hier gerade erst angefangen, gerade erst in den ersten paar Zügen. Ja gut, soviel dazu, ein fairer Checkpoint, ja, bisher, ja, mein Jump-and-One-Skill ist dir immer wieder zu wünschen, übrigens, und das wüsst ihr ja, so ein Jump-and-One-Skill. Kann ich mir echt gut zu Halloween vorstellen, im Oktober als Let's Play, als Oktober Let's Play. Jetzt so im Frühling ist das jetzt nicht so glücklich das Spiel, ist das nicht so das wahre, aber ja, so zur Herbstzeit, kurz vor Halloween, ja, Ende Oktober, ja wir waren noch nicht verletzt, ich trinke trotzdem noch einen. Yo. Mega Jump. Okay. Die Taste und dann... Ja gut, okay. Mega Jump will bloot werden. Übzehn. Ein sehr vieler Checkpoint. Ach, fast. Na komm, ich war doch schon... Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ganz hinten abspringen. Ja komm, ich bin doch schon auf dem Boot, das ist doch hier. Ja, da helfen sich die Tode auch hier wieder. Ja. Die Tode auch. Die Tode auch. Die Tode auch. Ja, ich weiß. Sehr gut. Mannschaft. F2 Tonk. Oh, 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 oh. Not bad so far, Jake. You've shaken off those cobwebs. Well, it does feel good to have my own body again. Almost likes everything. You ready? Put them to the rest from here. There will monsters ahead. You shouldn't have any trouble fighting with them off. Well, I've never been one to turn down a chance to bash some hats in. But why would they attack me? Has nobody told them I'm on their side? They can be told anything. Jack monsters are mostly mindless miscreants. They can barely tell each other apart, let alone something like you. Pumpkin or not, you're still human. That alone makes you their talent. So, that's why the devil needs me. He needs someone who can think like a man. This new enemy is clever, Jack. He needs someone just clever. Is he and he doesn't. Mind that I'm cutting down his monsters. They are practically worthless. Do what you must. Just get the job down. Okay. Then get our job down. Aha. Then we can roll away. Aha. I've tried it. A bit of a charm. We have to do it. We have to do it. Okay. I understand the problem. Okay. Okay. Here, quickly. Damn. 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 I have to talk. It's back. It's back. It's back. Okay, here we go. Flap. Flap. For your lives. Oh great. More birds. Let me turn. Before I book you a wall. So, stay away from us. Scarecrow. Got claws and I can use them. Me? A common scarecrow. I am Jack. The greatest troll to ever life. Wait, his gut legs. The Skelko doesn't have legs, and his head isn't stuffed with straws. See, I'm no Skelko. Oh, let me talk to you COVID creeps. Calm, not so fast. It seems the birds have the upper hand of once. Well, that's you for Mr. Jake, if you help us in return. At the mercy of the crow, what do you want? A Skelko often appears at the barn just ahead. He's has been terrorizing us for weeks. He's a menace of two court kind. And I suppose you want me to get rid of him? Yes, yes. And I'll help you boot. My wings are swift and my beak are sharp. Hmm, some air support could be useful. Very well, but... Calm, calm. The death or the strong faces. Faced manners. Let's go! Ok, I have now a creature with me. Very nice. We have a bird later. It's great that we can convince them. Cool. I'm ready, Jake. Let's go. Wow. Let's go to school. I have an idea. Sehr schön. Verdammt. Shame. Wo machen wir jetzt wieder auf? Wir haben lange nicht mehr gespeichert. Ach hier, ach du Scheiße. Das ist ein unfairer Checkpoint. Was muss man das wieder schaffen? Ja. Ja. Oh Mann. Ich weiß. Verdammt. Ich war doch auf dem Felsen jetzt krumm. Tu nicht so. Ich bin auch drüben gewesen. Die Xbox verwirrt mich. Warum die Eule auch immer auftauchen muss, wenn ich das hier versuche. Verdammt. Ich fahre doch auf dem Boot hier. Ihr seht das doch. Ihr habt es gesehen. Ich fahre doch schon drüben. Jo. So. Hier mal ein bisschen skippen. Dialogieren wir schon. Hier mal durch. Verdammt. Hier mal ein bisschen Schaden holen. So. Hier nochmal durch. Sehr gut. Hier mal die Krähe. Jetzt haben wir die Krähe. Den Rahmen wieder mit uns. Ok. Glaube ich. Entschuldigung. Ok. Achso. Können wir das machen. Sehr gut. Da müssen wir gar nicht drüber springen. Demo und Safe Point. Und Heilung. Sehr gut. Vieles besser. Kuh. Ah mit Kuh können wir wahrscheinlich angreifen oder was. Ach. Die Krähe greift den. Die Vogelschrik an. Ja. Sehr gut. Was soll ich sie machen. Das herz. Das herz. Das herz. Okay. Mit der Krähe können wir jetzt angreifen. Das ist gut. Ach du scheiße. Jetzt werden wir angegriffen. Äh. Was. 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 Moment mal. Moment mal. Ich renne mal kurz zurück. Den Trank. Ich brauche Heilung. Sehr gut. Hier ist mein Attackerzeug. Da kann ich mich verteidigen. Aha wir haben eine Schaufel. Attack. Ah das kann man auch angreifen. Mit der Schaufel. So eine neue Waffe. Sehr schön. Jetzt zerstört uns für dich den. Die Vogelschrecke. Die Heuschrecke. Keine Ahnung. Ne Heuschrecke ist das nicht. Okay. Hier haben wir den nächsten Trank. Nächster Savepoint. New Checkpoint. Vieles Wetter. Sehr gut. Und nun. Hüpfen. Säule hoch. Okay. Da müssen wir hoch. Sehr schön. Hoch hinaus. Achso. Da müssen wir wieder so eine. Super. Jump machen. Verstehe. Ich verstehe das hier relativ schnell. Das gefällt mir tatsächlich bisher sehr gut. Ein Jump at One mit dem ich zurecht komme. Oh. Da müssen wir hoch. Da müssen wir uns die Krähe holen. Den Krähenkopf. Ich weiß nicht ob unsere Krähe damit verstanden sein wird. Aber. Ich hole mir jetzt mal den Krähenkopf. Und jetzt hier hoch. Ach verdammt. Ich dachte das schaffen wir. Da müssen wir einen Weitsprung machen. Doppelsprung reicht dann nicht. Bauen wir einen Weitsprung. So. Erstaunlich dass ich immer noch. Material von der Gamescom habe. Ich habe. Ist jetzt glaube ich mein 10. Mein 10. Letztestpart den ich jetzt hier. Aufgenommen habe. Den habe ich jetzt natürlich nicht täglich hoch geplant. Kommt verteilt über die Monate. Über die Wochen. Monate nicht. Das müsst ihr jetzt schon bitte. Es müsste schon Mitte Oktober sein. Wenn es hier rauskommt. Dann passt das ja. Dann ist das ja sehr gut. Im Oktober passt das ja auch sehr. Wir machen einen Tod. Wir machen einen Tod bevor er uns Tod macht. Oder ich greife ihn an. Denn Skate haben wir uns da angegriffen. You know, firemen stings, right? Fernangriff, Fernangriff, Fernangriff. Dug attack. Ok. Ok, Dutch Atex, töte dich, ah 4 von 18, sehr schön, tschüss zerstören, Pumpkin, Dummts, Laternen können wir nicht kaputt machen, sehr schade, ich suche hier mal ein bisschen Sprinten, vorankommen, ich glaube da ist jemand hinter uns, ja, die werden schon angegriffen von hinten, wie feige, wenn sie von hinten kommen, ach den haben wir, sehr gut, die Skelette, die kann ich so anredigen, mit Hacker, nein wir sterben gleich, Trank, ich baue mal einen Trank, sehr bald, wenn möglich, da ist einer, vielen Dank, ich habe es nötig, so, böse Crea ist immer noch mit bei mir, ja, die ein oder andere Demo Version hier, das ein oder andere Netztest ist ein bisschen länger geworden, ich glaube eins hatte ich mal bei 40 Minuten, ich hoffe das ist nicht schlimm, ich meine einige werden wieder meckern, mache nicht so lange Videos, aber ich will das Spiel auch antesten, das sind halt auch so ein bisschen Antestungs, das sind weniger Tests als, ja, die Demo Version spielen, das Spiel dann auch mal, ein kompletter Fülle zeigen, das heißt, wenn ich ein bisschen überziehe, liegt das nur daran, dass ich das Spiel gut finde, naja, dass ich weiter spielen will, ihr versteht, ich glaube hier habe ich es noch nicht überzogen, dann können wir noch ein bisschen, mein Zeitgefühl sagt, wir haben noch ein bisschen Zeit, okay, ich glaube wir müssen da rüber, sehr gut, dann müssen wir hier hoch, da ist auch wieder ein Heuschrecken Schnabel, ein Heuschrecken, was für ein Ding, ein Krähen Schnabel, 6 von 17, sehr gut, und jetzt runter hier vermute ich, ja, sehr gut, und weiter geht's, da hängt einer am Baum, hat sich aufgehängt, aha, okay, sehr gut, okay, äh, was, äh, okay, ähm, ja, wir müssen jetzt hier mal reagieren, angreifen, nicht mit der Kuh, sondern mit der, mit der Faust, jetzt bitte, in der Hacke, vorbei, jetzt werden wir hier von allen Seiten angegriffen, verdammt, ich bin gestorben, die können wir erledigen, muss gewichen, sehr gut, ich mache euch alle, die treffen mich jetzt hier, noch an zusätzlich blöd die schmierer gestorben einer war noch übrig na toll müssen müssen kombinieren erst mal die toten schädel abballern für die uns abballern und dann können wir uns um die skelette kümmere so dass du ja auf die rübe den schocken auf die kürze ich mache euch platz zu den nächsten okay dann mal hier dann mal hier da können wir wieder mal die Öle tragen hm, perhaps your new body isn't neat hop out hop out for a minute and look inside hop out for my body of course your new body is just a shell you can always use your head w-wait you mean he can get out of that thing urgh that's disgusting tram it bird hop hop ok hop it into a fuse law okay wir haben unseren schädel herein beworfen können jetzt mit unseren schädel laufen You can still use your boots to move around Dumbbelljump. Interessant. Push. Die werden wir hoch. Die Kiste müssen pushen. Na komm, Kürbiskopf. Das finde ich hier noch besser. Die müssen noch hoch kommen. Dass man hier auch den Kopf spielen kann. Genial. Genial du Fazio. Ok, da muss ich hoch. Verstehe. Push. Ich muss einen super Jump machen. Sehr gut. Hier wahrscheinlich auch wieder. Hm, nein. Das bringt es nicht. Tja, ähm. Wie komme ich da jetzt hoch? Tja, vielleicht kann ich einen von den Kisten da hoch pushen. Hm, scheinbar nicht. Ein klein wenig Rätsel ist da auch nichts dabei. Ah, ok, vielleicht ja. Verstehe. Da muss eine Kiste drauf. So, vielleicht. Jetzt die Kiste da drauf pushen. Das bleibt hier drauf stehen. Und jetzt hier. Sehr gut. Jetzt müssen wir noch diese Kiste da rüber pushen. Ein leichtes Rätsel. Kann man verstehen. Da steckt man leicht hinter. Und. Schalter. Sehr gut. Jetzt sie geschafft. Tür ist offen. Open Saison. Na dann, ich würde mal sagen, Dämpchen nach oben. Wenn ihr euch diesen Letzt-Test gefallen habt. Lasst ein Abo da. Neu seid. Und das nächste Letzt-Test auf meinem Kanal. Was sehr bald kommen wird. Nicht verpassen wollt. Habt noch einen angelehmen Fürstlichen Tag. Man sieht sich. Im nächsten Letzt-Test wieder. Oder im nächsten Letzt-Play auf meinem Kanal. Bis dahin. Haut da ran an. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.